Harald H. Fagri, Harald I. Schönhaar oder H. Schön, Haralds Rhin H. Fagri war der erste König des größten Teils der Küste Norwegens. Sagas über Harald Schönhaar ist wenig sicheres überliefert. Das meiste ist Herr Scherlob ohne historische Relevanz. So heißt es bei Snorri, er habe vieles Kalden um sich versammelt, die im Volke bekannte Gedichte verfertigt hätten. Er vermag aber nur sehr wenige zu zitieren, wahrscheinlich hat erst sein Sohn Olaf Haraldsen die Skalden in größerer Zahl um sich versammelt. In den Sagas wurden viele märchenhafte Züge eingebaut, so in der Agrib über den Liebeswahn, in den Harald zur Saminsner Friedsvase Dorta verfiel. Die Faggaskiner beschreibt Harald auf 10 Druckseiten, Snorri weitet seine Quelle auf 30 Druckseiten aus. Und in der Faggaskiner wird eigentlich nicht mehr gesagt, als dass Harald der Gründer des Königshauses von Norwegen und der erste Reichskönig gewesen sei. Der Skalde Tor Björn Hornklaff soll das Gedicht Glühmdrapper über Haralds Kämpfe gedichtet haben. Das Lobgedicht spricht in acht Strophen von Klaffen den Wunden und Strömen von Blut. Faggaskiner übernahm die Strophen und bezog sie alle auf die Schlacht bei Harfsfjord. Snorri verwendet das Gedicht als Quelle für mehrere Schlachten Haralds und geht davon aus, dass einige Strophen mit dieser Schlacht nichts zu tun haben. Die Interpretations- und Zuordnungsprobleme haben sich seit damals nicht wesentlich verändert. Von den Skalden-Gedichten über ihn sind elf Fragmente mit etwa 50 Strophen überliefert. Sie sind über acht Sagas verstreut. Diese Gedichte sind von unterschiedlichem Quellen wert, insbesondere, da sie bis zu ihrer Verschriftlichung zwischen 1210 und 1230 schon eine mehrhundertjährige mündliche Weitergabe hinter sich hatten. So dürften die Haralds selbst zugeschriebenen Strophen nicht von ihm stammen. Ein zeitgenössisches Skalden-Gedicht Haralds Quetti, das ebenfalls Tor Björn Hornklaff zugeschrieben wird, berichtet, dass Harald ein Sohn Halfdans gewesen sei und alle Quellen stimmen darin überein, dass er der Sohn des Königs Halfdans Warte im Ostland gewesen sei. Allerdings ging die literarische Entwicklung dahin, die Familie immer weiter in den Westen zu verlagern. Bei Snorri ist Halfdandan König von Westfold. Der Isländer Simundur Forti, der Vater der isländischen Geschichtsschreibung, hat die Stammlinie Haralds offenbar nicht weiter als bis zu seinem Vater Halfdans zurückgeführt, höchstens bis zu dessen Vater Gudrod Feidekone. Ein Werk von seinem Enkel John Lopson Norix Konungatal aus dem Ende des 12. Jahrhunderts gibt eine Zusammenfassung des Werkes seines Großvaters. Er beginnt mit Halfdan. Erstmals wurde in den Glingertal, dessen Autor und Entstehungszeit umstritten sind, das Geschlecht der Westfoldkönige, als deren Letzter der Vetter Haralds Rattenwald Hederhög genannt wird, auf die sagenhaften Könige Osalas zurückgeführt, was dann Snorri in die Heimskringle übernahm. Simundur Forti und die zeitgenössischen Gelehrten um ihn machten die späteren norwegischen Könige Olaf Treigvason, Olaf Haraldsen und Harald Hartrade zu Nachfahren Harald Hafergriss. Damit hatten sie eine lange Kontinuität der Herrschaft hergestellt. Aber man weiß nicht, wie viel Söhne Harald wirklich hatte. Die Zahlen variieren zwischen 11 und 20. Aber selbst die niedrigste Zahl wird als zu hoch angesehen. Harald wurde bald eine Sagengestalt und es liegt nahe, ihn mit vielen Frauen in verschiedenen Landesteilen in Verbindung zu bringen, die teilweise selbst Sagengestalten sind. Viele spätere Könige waren bemüht, ihre Vorfahren zu ihrer Legitimation ihrer Herrschaft auf Harald zurückzuführen. Einen Anhaltspunkt, der eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat, bietet das Hakonamal von Euwins Galde Spiller. Es handelt sich um ein Gedächtnisgedicht auf Hakon den Guten vom Beginn des 10. Jahrhunderts. Dort heißt es, dass er, als er nach Valhall kam, von acht Brüdern begrüßt wurde. Wenn man davon ausgeht, dass Hakon von allen Brüdern am längsten lebte, muss Harald also neun Söhne gehabt haben. Die Namen kennt man kaum. Nur vier oder fünf sind bekannt, Erik, Hakon, Rattenwald, Björn und Halfdan, möglicherweise zwei verschiedene mit diesem Namen. Damit, dass Harald einen Sohn Björn hatte, ist auch nicht gesagt, dass es sich um den oben in der Nachfahrentafel genannten sagenhaften Björn-Fahrmann handelt. Dass Harald seinen Sohn Erik zum Nachfolger wählte, wird in den Sagas darauf zurückgeführt, dass seine Mutter eine Königstochter, nämlich Ranhild die Mächtige von Jylland gewesen sei. Auch hinsichtlich der Mutter gibt es Widersprüchliches. Simundur berichtet nur, dass Halfdan Ranhild die Tochter des Königs von Soken geheiratet habe und dass Harald ihr Sohn gewesen sei. Pagaskina und Snorri geben sich damit nicht zufrieden. Sie berichten, Ranhild sei die erste Frau Halfdans gewesen. Sie und ihr Sohn Harald seien aber bald darauf gestorben. Daraufhin habe Halfdan eine andere Ranhild geheiratet. Diese stammte von dem legendären Chroldunger Ragnar-Lothbrok ab. Wären Sohn Harald sei Harald Hafagre gewesen, so wurde ihm neben der Rünglingen-Abkunft noch eine weitere ruhmreiche Ahnenreihe zugeteilt. Neuere Ansichten vermuten, dass die Abkunft Haralds von Halfden und den Lünglingen eine spätere Konstruktion aus dem 13. Jahrhundert sei, um ihn mit Westfold zu verknüpfen und den Einfluss der Dänen in der Umgebung Oslos und die dahingehenden Gebietsansprüche zurückzuweisen. Es wird auch für möglich gehalten, dass er aus dem mächtigen Kamoi-Geschlecht stammte, da sein Machtzentrum Erwilsnäs auf Kamoi lag. Snorri berichtet auch, dass Harald sich die Haare so lange nicht pflegen wollte, bis er Norwegen unterworfen habe. Nach der Schlacht am Hafsfjord habe er sich erstmals die Haare kämmen lassen und daraufhin den Beinamen Schönhaar erhalten. Hier findet sich das Motiv wieder, das auch bei Gregor von Thurs und im Alten Testament zu finden ist. Samsons Kraft lag in seinen Haaren und die Königswürde der Merovinger war mit ihrer Haarpracht verknüpft. Aber ob dies eine ubiquitäre Auffassung war und sich Harald deshalb die Haare tatsächlich nicht schur, oder ob dies eine spätere gelehrte Zutat zu seinem Lebensbild ist, lässt sich nicht mehr entscheiden. In der zeitgenössischen Skaldendichtung wird der Beiname nicht verwendet. Außer in der Heimskringlei kommt diese Bezeichnung noch in deren Vorlage Agripp vor. Diese ist in einer Abschrift überliefert, aber hier sieht es so aus, als ob es sich um eine fehlerhafte Abschrift für den Neuronenausdruck Afarotgar handelt, was der außerordentlich reiche und glückliche bedeutet. Aber auch dieser Ausdruck kommt bei den Skalden nicht vor. Die Eroberungen Snorri berichtet, dass Harald Schönhaar den Plan zu seinen Eroberungen gefasst habe, weil dies die Bedingung dafür war, dass er Güter Eriks Dutir heiraten konnte. Der wahre Grund kommt aber in ihrer von Snorri überlieferten Antwort auf Haralds Werbung zum Ausdruck. Es erscheint mir doch merkwürdig, dass sich kein König findet, der sich Norwegen genauso als Alleinherrscher unterwerfen will, wie das König Gorm mit Dänemark und König Erich mit Schweden gemacht haben. Anführungszeichen Das Vorbild des Frankenreichs wirkte mächtig nach. Weiter berichtet Snorri, dass Harald nach dieser Bedingung Büders einem Eid leistete, sein Haar nicht zu scheren und nicht zu kämmen, ehe er sich ganz Norwegen Abgaben, Einkünfte und Herrschaft angeeignet habe. Daher habe er bald den Namen Haraldur Lufa bekommen. Nachdem er die letzten Widerstände beseitigt habe, habe er anlässlich eines Besuchs beim Jallerruckenwald in Moor ein Bad genommen, sein Haar geschnitten und gekämmt und daraufhin vom Jall den Beinamen Haarfakre erhalten. Einen besonderen Prestigegewinn im In- und Ausland konnte er dadurch verzeichnen, dass es ihm gelang, einen seiner jüngsten Söhne Harkon bei König Ethelstern von England zur Erziehung unterzubringen. Harald I. schlug viele Schlachten um die Herrschaft über ganz Norwegen zu erlangen. Die berühmteste war die Schlacht am Hafsfjord vermutlich im Jahr 872. Die Zahlen ist aber aus den Angaben von Ari Frotti und den Sagas errechnet. Andere Forscher gehen von dem Jahr 900 oder kurz davor aus. Die Herrschaft über ganz Norwegen dürfte dem späten Herr Scherlup für das Harald-Geschlecht von Snorri geschuldet sein und der Wirklichkeit nicht entsprechen. Sein Herrschaftsbereich wird als auf Westlandet und die südliche Küste rund um Lindersen bis zur Grenze zu Grenland am Oslofjord hin beschränkt. Angesehen, auch geht man heute davon aus, dass Harald seine Eroberungen von Socken aus startete und die Schlacht am Hafsfjord den Abschluss bildete. Wenn damit auch die Bedeutung Haralds als Einiger des Norwegischen Reiches verkleinert wird, so bleibt er dennoch der Initiator dieses Prozesses. Dort unterlagen ihm die Großen von Westland, angeführt von König Erik von Hadanga Skuli, der König von Stafanga, der König von Agda und dessen Sohn von Telemark und von Soland, auch Häuptlinge, von denen Kjotwe und Haklang genannt werden. In Dänemark gibt es einen Runenstein, der für einen Haklang errichtet worden ist. Ob es sich um die gleiche Person handelt, ist nicht sicher. Jedenfalls ist Harald historisch keine Reichseinigung zuzuschreiben. Dieser Begriff Reich wurde nicht einmal von Snorri in seiner Heimskringle verwendet. Dort heißt es nur. Nach dieser Schlacht fand König Harald keinen Widerstand mehr in Norwegen. Und wenig später, König Harald war nun allein Herrscher ganz Norwegens geworden. Später behauptet die Heimskringle, er habe seine Söhne als Unterkönige auf ganz Norwegen verteilt. Diese Aussage entspringt dem Wunsch der örtlichen Jalle im 12. Jahrhundert, ihr Geschlecht auf Harald zurückzuführen. Gemäß der Fahinger-Saga führte seine Herrschsucht zu einer Auswanderungswelle auf die Föhr und vor allem nach Island. Aber die realen Verhältnisse zu seiner Zeit dürften dem entgegenstehen. Das Land Namabog über die Besiedlung Islands weist davon nichts und nennt andere Gründe. Näheres siehe unter Geschichte Norwegens und der Schlacht am Hafsfjord. Im Jahre 880 soll Harald laut der Heimskringle und den Annalen von Irland die Ognis erobert und Ruckenwalde-Steins-On zum ersten Jahrlein gesetzt haben. Innenpolitische Veränderungen Snorri berichtet über die innenpolitischen Veränderungen. Damit wird die Einleitung der Reichseinigung zum Ausdruck gebracht. Die Reichseinigung war ja mehr als die Alleinherrschaft eines Königs über ein Land. Die Entwicklung ging zu einem Systemwechsel der Herrschaftsausübung hin. Dass der Harald dem Volk Recht und Gesetze gegeben habe, ist sicher eine Rückprojektion aus der Zeit des Verfassers. Denn zu Lebzeiten Haralds hatte der König keine allgemeine Rechtssetzungsbefugnis. Allerdings konnte er Anordnungen über die Staats- und Herrschaftsorganisation erlassen. Aber schon die Streitigkeiten unter seinen Söhnen nach seinem Tode und vor allem der spätere Bürgerkrieg zeigt, dass bereits die Thronfolge nicht der Regelungsbefugnis der ersten Könige unterlag. Aber die örtliche Ting-Einteilung dürfte in gewissen Grenzen auf ihn zurückgehen. Harald hat sicherlich das bereits bestehende Gulating aufgewertet. Zwar ist erst von Hakon dem Guten berichtet, dass er auf dem Gulating Gesetze erlassen habe, aber die Grundeinheit des Gulangs Firdafög, Sügnafög und Hordafög waren bereits vor 930 und zu Lebzeiten Haralds zu einem Ting zusammengeschlossen. Und dieser Zusammenschluss setzte seine zwangsweise Befriedung der Region voraus. Die Enteignung der freien Bauerngüter in großem Stil war Teil der Konsolidierung der Königsherrschaft. Harald beanspruchte ein feudales Obereigentum und alle freien Männer erhielten ihr Eigentum als Lehn vom König. Dieser Vorgang wurde von den Historikern sehr unterschiedlich bewertet und ist immer noch in der Diskussion. Streitig ist, ob Harald nur die Güter seiner Feinde oder aller Untertanen konfisziert hat, wie es die Quelle darstellt. Wenn es nur die Güter der Feinde waren, dann handelte es sich bei der Abgabe um einen Tribut, wie später das Darne-Geld in England. Wenn er aber alle Güter konfiszierte und als Lehn neu ausgab und außerdem Abgaben erhob, dann musste er dafür eine Leistung erbringen im Sinne von Gabe und Gegengabe. Diese bestand dann in der Außenverteidigung gegen Wikinger. Letzteres ist gegenwärtig die überwiegende Meinung, dafür spricht auch die spätere Hörzka aus dem 13. Jahrhundert. Die Formulierung, dass das ganze Land Odal des Königs sei, lässt in ihrer fast beiläufigen Erwähnung als allbekannte Tatsache darauf schließen, dass es sich um eine sehr alte und gefestigte Vorstellung handelt. Familienverhältnisse Ahnen die Vorfahren Harald Haferkress sind bis auf seinen Vater Halfdan Zwarte und dessen Mutter Asa unbekannt. Die Stammliste wurde erst spät konstruiert und entstammt dem Bestreben, die Herrschaftslegitimation durch vornehme Abstammung von Altersherd zu untermauern. Der Isländer Simundur Frotti hatte ein lateinisches Werk über die norwegischen Könige geschrieben, das verloren ist. Sein Enkel John Lopson benutzte das Werk im 11. Jahrhundert für sein Gedicht Konung Atal, dort wird nur Halfdan Zwarte genannt. Auch der Skaldetor Björn Hornklav bezeichnet Harald als Halfdanzon. Die Fagaskiner beginnt mit dessen angeblichem Vater Gudrod-Vereikonung. Ari Frotti, ein etwas jüngerer Zeitgenosse Simundurs, war wohl der erste, der die Stammlinie Harald II zurückführte bis auf die sagenhaften Könige Schwedens und Upsalas. Diese Könige hießen ursprünglich Schierwinger. Ari benannte sie in Nünglinge um und führte sie auf den Gotting wie Freier zurück, der in alter Zeit der Hauptgott in Upsala gewesen sein sollte. Bei der Gelegenheit knüpfte er sich selbst auch in das Nünglinge-Geschlecht. Vorbild mag Simunds Ahnenreihe für die dänischen Könige mit ca. 30 Generationen gewesen sein, die er auf die Holdungen zurückführte, wobei auch er sich in die Ahnenreihe als Abkömmling selbst einbaute. Die Ahnenreihe wird in 20 Generationen von Odin, Njörd und Freier hergeleitet. Dann folgen, Injaldilrade Olaf Tretelger half den Quidbein-Eusteyn half dann Garthroth feiert die Kongur-Olafke erst der Tal fragen, weil drei um Heere half dann zwarte Harald. H. Fakre Injald Nachkommen Harald hatte nach den Sagas viele Kinder mit verschiedenen Frauen, wie viele genau, ist unbekannt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich viel später viele Familien auf irgendeine Weise auf Harald zurückführen wollten, sodass auch erdichtete Verbindungen nicht auszuschließen sind. Mit Güter Eiriks dotier, Alov-Aboot-Lemnes-Karte um 890 Ture, den Tause, D. H. Der schweigsame Morial, Bruder von Rollo, Graf von Ruenro, Rorek Haraldsen, Siegdrück Haraldsen, Frode Haraldsen, Turgels Haraldsen, mit Asaha Kunz dotier, Gutturm Haraldsen, Half dann Zwarte Haraldsen, Half dann Kavit Haraldsen, Siegrot Haraldsen, mit Ranhild Eiriks dotier. Erik Blodox, mit Zwanhild Eustains dotier, Björn Farman Olaf Haraldsen, Ragnar Rückel, mit Ascheid rings dotier, der G. Ringsson, der G. Haraldsen, Gutturm Schieger in Gedgerd Haralds dotier, mit Snohrits Vase dotier, Siegut Haraldsen, Reis half dann Haleck, Gutturm Jumeiragenwald, Rettelbeine, mit Thora Mostaton Hakon der Gute, die Könige, die Sagas als Nachfahren Haralds vorstellen. Harald H. Fagre, Erik Blodox, Harald Grafell und die Eriks Söhne Hakon der Gute, Fragezeichen. Olaf Treikwe, Olaf Treikwason, Björn Farman, Gutroth, Harald Grenzke, Olaf Haraldsen, Magnus der Gute, Siegut Reis, half dann Siegut S. Y. R. Harald Hartrade, der Reichssanigungsmythos. Der Reichssammlungsmythos ist in mehreren Quellentexten überliefert, die alle mehr oder weniger von Agrib abhängen. Hervorzuheben sind Snorrisheimskringle, die Flettajabok und die Historia norwegie. Dabei geht es um die Stellung der Samen innerhalb des norwegischen Reiches und das Verhältnis der beiden Völker zueinander. Der Mythos um half dann zwarte. Nach der Vorstellung der Norweger der Wikingerzeit und des frühen Mittelalters lebten die Samen im physionzugänglichen Binnenland der skandinavischen Halbinsel und damit außerhalb der geordneten Welt. Die geordnete Welt war Midgard. Das Binnenland gehörte zu Utgard, wo das Chaos herrschte und Riesen, Trolle und Zwerge wohnten. Die Samen werden in den Quellen oft auch als Jöten oder Zwerge bezeichnet. In der Heimskringle wird in der Geschichte von Halfdan Zweite berichtet, dass Halfdan, der Vater Haralds, einmal den Weihnachtsabend in Hadeland verbrachte. Als der Festschmaus beginnen sollte, war plötzlich das gesamte Festmahl verschwunden. König Halfdan ließ einen zauberkundigen Samen ergreifen, brachte aber trotz Folter nichts aus ihm heraus, was das Verschwinden des Festmahls betraf. Sein Sohn Harald, der spätere König, befreite den Samen und floh mit ihm. Er kam zu einem Samenhäuptling und verbrachte den Winter bei ihm. Dieser Häuptling hatte das Festmahl verschwinden lassen. Der Häuptling entließ Harald nach dem Tode Halfdanz, damit er die Regierung in Norwegen übernehme. Nach der Flette Erburg wurden dem König nach dieser Episode noch Gold und Wertgegenstände gestohlen. Der Dieb, ein Same, der als Jötun bezeichnet wird, wird gefasst und in Eisen gelegt. Der Samenhäuptling schickt Harald bereits vor dem Tode Halfdanz zurück, damit er den Samen rette. Harald befreit den Samen, indem er die Eisenfüsseln mit einem Schwert zerschlägt, das ihm der Same, den er früher gerettet hatte, geschenkt hatte, und zieht mit diesem abermals davon. Dieser Jötun heißt Dothre und wohnt in einer Höhle in Dothrefjell. Hier verbringt Harald fünf Jahre, dann teilt ihm Dothre mit, dass Halfdan gestorben sei, und beauftragt ihn, Norwegen zu einen und verspricht ihm, ihn unsichtbar dabei zu unterstützen. Der Mythos um Harald In der Flette Erburg wird Harald deutlicher als bei Snorri als Ziehsohn der Samen geschildert. Eine wesentliche Strategie Haralds ist die Heirat der Töchter der Kleinkönige und Häuptlinge Norwegens. Nach Agrib hatte Harald mit vielen Frauen 20 Söhne, ohne dass die Frauen namentlich genannt werden. Nur von einem Sohn heißt es, er sei zauberkundig und ein Sohn von Snorri Zwasistota gewesen. In der Heimskringle werden die Frauen und deren Kinder aufgezählt, die alle bei den Familien der jeweiligen Frauen aufgewachsen seien. Hier wird deutlich, dass die Ehen Allianzen mit den Häuptlingen begründen sollten. Auf diese Weise gründete Harald eine neue Dynastie. Erster Nachfolger wurde Erich Blutaxd, sein Stamm starb mit Harald Grafell aus. Sein Nachfolger Harkon der Gute, ein anderer Sohn Haralds, hatte keine Söhne. Olaf Treikwarsohn, ein Enkel Olaf Haralds Sanz, hatte ebenfalls keine Söhne. Für Olaf den Heiligen wurde von den Gelehrten im 12. Jahrhundert angenommen, dass sein Nachkomme Harald Hafergress sei. Sein Sohn Magnus der Gute hatte ebenfalls keinen Sohn. Sie alle waren Nachkommen von Müttern aus norwegischen Häuptlingsgeschlechtern. Das Volk der Samen war außen vor geblieben. An diesen Umstand knüpft der Mythos mit Snorfried an. Der König befindet sich zu Weihnachten in Oplend, einem Gebiet auf der Grenze zwischen Midgard und Utgard. Am Weihnachtsabend kommt zwar sie ein König der Samen und bittet ihn heraus. Er nimmt Harald zu seiner Gamme mit. Dort trifft dieser auf Snorfried, die Tochter Svazis. Bei ihrem Anblick verfällt Harald ihr auf der Stelle, was auf einen Zaubers Svazis zurückgeführt wird. Er will sofort mit ihr schlafen, doch der Vater stellt zur Bedingung, dass er sie vorher gesetzlich heirate. Harald willigt ein und bleibt bei ihr bis zu ihrem Tod. Nach drei Jahren in dieser Zeit gebiert sie ihm vier Söhne. Einer von ihnen ist Sigurd Haraldsenreis, von dem dann Harald Hartrade, Halbbruder und Nachfolger von Magnus dem Guten, abstammt. Er hatte reiche männliche Nachkommenschaft. Die Samen zogen also den jungen Sohn von König Harald auf und sorgten dafür, dass er den Thron nach seinem Vater erhielt. Auch halfen sie ihm unsichtbar bei der Reichseinigung. Am Ende saßen nach der gelehrten Königs-Genealogie also die Nachkommen der Samin Snorfried auf dem norwegischen Thron. Diese Genealogie mit einer Samin als Stammmutter muss bei ihrer Abfassung bereits die Zustimmung des Königshauses gehabt haben. Als Snorfried gestorben war, blieb Harald noch jahrelang in tiefster Trauer bei der Leiche, bis ein Gefährte deren Kleider wechseln wollte. Da bemerkte der König die Verwesung und wurde von seinem Wahn geheilt. Wach geworden wurde er so zornig, dass er seine Söhne von Snorfried verstieß. Erst nach gutem Zureden seines Freundes des kalten Tjotlöfrä nahm er sie wieder auf. In dieser Episode mit Liebeswahn und anschließendem Hass spiegelt sich auch das ambivalente Verhältnis zwischen Norwegern und Samen. Gleichzeitige magische Anziehungskraft und Furcht Das Muster dieses Mythos ist deutlich dem Muster der Ehen zwischen Asen und Jöten nachgebildet. Der Ase Freier heiratet die Tochter des Riesengemir, Gerda aus Jötenheim. Sowohl Snorfried als auch Gerda werden mit dem gleichen Attribut Solbjord gekennzeichnet. Harald wurde wie auch Freier sofort blind vor Liebe. Von diesem Paar leitete sich das Geschlecht der Rünglinger ab. Von Odin und der Jöten Skade leitete sich das mächtige Geschlecht der Jeile von Trondelag und Ladeher. Im Mythos um Harald nimmt die Utgard-Frau den Platz der Jötenen in den Göttermythen ein und dient neben der Verhältnisbestimmung zwischen zwei Völkern auch der Herrschaftslegitimation des Königshauses. Fußnoten Kimjada Endnote dritte Kimjada S Elfte Haug S Achtundfünfzigste Petrik S Zweiunddreißig Thüsen S Siemunddreißigste Elkbjörg Haug 2005 S Sechsundfünfzigste Heimskring Lekab Neunzehnte Heimskring Lekab Zwanzigste Heimskring Lekab Dreiunddreißigste Haug S Achtundsechzigste Haug S Vierundsechzigste Mundtal S Siebenundvierzig F Mundtal S Einundfünfzigste Mundtal S Fünfzig und Lofoter Viking Museum abgerufen am 26. September 2012.